Hallo kleines Schlafkind, hast du ein tolles Kacki wieder gemacht, boah ey, dann ist ja wieder Platz im Bauch hin, ne? Gleich kommt die Greifhand, mein Schatz. So, du kleine Mickey Maus, Nachschub, yummy yummy Nachschub, ups, Nachschub runtergefallen. Und jetzt, hilfst du wieder ein bisschen mit? Ja, gut, mein Süß. Zack, tiefer, so, gut, und runter schlucken. Jawohl, jetzt zeig mal, wie das da schön durchwandert. Blub, weg ist es. Und die Nummer 2. Nummer 2 ist ein bisschen ganz schön groß. Schaffst du das? Ja, toll, mein Schatz. Warte, ich helfe dir. Ja, ja. Super. Und wieder runter schlucken. Ja, cool. Super. Jetzt kommt die Pampe. Achtung, warte. Da, da helfe ich dir wieder ein bisschen. Güsche auf. Stille halten. Sehr gut. So, Pampe durchrutschen lassen. Ja, cool. Gut, mein Süß. Du bist schon wieder fertig, Piepnase. Magst du jetzt noch ein bisschen wieder krabbeln? Ja? Kleine Krabbelsachen üben. Na, komm her, pass auf. Schwups. So, zeig mal. Zentimeterchen krabbeln wieder, bitte. Ja, 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 Stückchen. Bist du zu satt? Warte mal, ich mache hier wieder ein bisschen mehr zu. So, jetzt. Na, komm, schaffst du. Ja, toll. Oh, super, mein Schätzchen. Prima. Okay. Schlafen, verdauen, kacken. Dann ich wieder, ne? Bis gleich. Super, klasse Monsterkacki.